Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht, da war es halt letzter Schluss. Dieses Mal geht es aus gegebenen Anlass darum, wie ihr Videos von einem Peertube zu einem anderen umziehen könnt. Wer von euch jetzt Peertube nicht kennt, das ist so wie YouTube, bloß Peertube ist freie Software. Jeder kann das selbst aufsetzen, kann Speicherplatz für andere zur Verfügung stellen, damit sie ihre Videos hochladen können oder eben auch live streamen können. Bis jetzt war ich bei DevTube, habe dort meine Videos veröffentlicht, 47 an der Zahl, wie ich gerade ablese und DevTube macht jetzt leider zu. Und darum möchte ich meine ganzen Videos, die ich gemacht habe, auf einen neuen Anbieter, auf Technics, ohne Vokale, Technics umziehen. Und zum Glück gibt es die Möglichkeit, Videos von einem in den anderen zu importieren, sodass ich die Videos nicht nochmal alle selbst hochladen müsste. Ja, gucken wir uns das Ganze einmal an, wie das funktioniert. Also ich habe mich hier einmal bei DevTube angemeldet mit meinem Account hier und ich bin auch bei Technics angemeldet mit dem neuen Account, wiederum mit meiner Eule hier und ich habe bereits 20 Videos hochgeladen von meinen 47. Ich möchte allerdings die anderen Videos natürlich auch noch rüber retten, bevor DevTube halt wirklich dicht macht. Ich kann jetzt hier eins von meinen Videos nehmen und einfach hier Rechtsklick drauf machen und dann kopiere ich mir hier den Link von diesem Video und dann sage ich hier bei Veröffentlichen, Importiere über eine URL, kopiere das Ganze wieder rein. Da habe ich diese eindeutige Identifikationsnummer drin und dann sage ich hier Importieren. Dann ist oben so ein kleiner Statusbalken, so ein orangenes Ding da und dann werden auch die ganzen Metainformationen, die ich bei meinem Video unter DevTube angegeben habe, werden alle importiert. Also hier meine Texte sind da drin, meine Beschreibung, wie ich das Ganze lizenziert habe, welche Sprache das ist. Dann habe ich hier Untertitel natürlich nicht dabei, aber mein Bild, wo ich dann eine lustige Grimmasche mache, das ist dann auch mit dabei und diese ganzen Sachen werden einfach wie so ein Staubsauger eingesogen und ins nächste reingeschmissen. Und da steht auch dann noch dabei, wann das Ganze ursprünglich veröffentlicht wurde und dann kann ich ja sagen, aktualisieren. Ja, und dann ist mein Video auch quasi schon umgezogen. Kann natürlich sein, dass ich mein Tageskontingent oder das Kontingent, was ich insgesamt habe, um Videos hochzuladen, überschritten habe. Dann klappt das nicht. Also sagt mir zwar erst hier unten erfolgreich, aber dann ploppt das hier oben nachher irgendwann auf und sagt, ja, tut mir leid, ist doch fehlgeschlagen. Wenn sowas passieren sollte und ihr macht da keinen Unsinn, dann könnt ihr auch eine nette Nachricht an die jeweiligen Leute schreiben, die diese Peertube-Instanz betreiben. Das habe ich nämlich gemacht bei Technics. Da habe ich gesagt, ja, ich habe da diesen Kanal. Den würde ich gerne einmal komplett umziehen, weil DevTube macht halt zu. Könnt ihr vielleicht mein Tageslimit aufheben? Es war nämlich erst bei drei Gigabyte und das ist für meine 47 Videos halt doch ein bisschen viel. Dann habe ich zwei Tage am ersten Tag was hochgeladen, am zweiten was hochgeladen und dann habe ich jedes Mal dieses Kontingent ausgeschöpft. Hätte ich jetzt über mehrere Tage noch weiter stückeln können, aber irgendwie fand ich das dann doch blöd und habe dann da gefragt, könnt ihr das vielleicht für mich aufheben, damit ich das dann schneller hochhebe. Dann habe ich gesagt, ja, kannst du machen. Ist jetzt aufgehoben. Vielen Dank an Technics, an meine neue Peertube-Heimat. Ich hoffe, dass ihr lange dabei bleibt und dass jetzt diejenigen von euch, die das Ganze noch über DevTube sehen, auch den Schritt auf Technics machen, damit wir uns dort nicht verlieren. Ansonsten gibt es auch eine andere Adresse, über die ihr mich immer erreicht, meine Videos, über weisheit.goes-habermann.de. Da gibt es eben auch noch Hintergrundinformationen zu den einzelnen Videos, wo die Folien verlinkt sind. Das ist alles auf meinem eigenen Server drauf. Und dort stehen bei jedem Video auch die Links zu YouTube und dem jeweiligen Peertube mit dabei. Also das ist hier die Adresse, die ihr euch wirklich merken solltet. Falls irgendwas nicht mehr geht, kriegt ihr da halt die Informationen drüber, wo es denn weitergeht. Ja, das war's für dieses Mal. Ganz kurz und schmerzlos. Schade, dass DevTube zumacht. War insofern eine kurze, aber schöne Zeit. Aber ist halt so. Und ich hoffe, dass es mit Technics lange weitergeht und dass wir uns dort wiedersehen. Ja, bis dann. Glocke drücken geht allerdings bloß bei YouTube. Also abonnieren könnt ihr auch bei Technics oder bei anderen Peertube-Kanälen. Und ja, bis dann. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020